Natürlich ist die Enttäuschung enorm groß und ich muss einfach sagen, wir haben heute wenig Optionen gehabt, wenig Mittel gehabt, um diese kompakte Defensive auch zu knacken. Wir haben in der ersten Halbzeit durch Leroy Sané einige Aktionen, die er sehr, sehr gut gelöst hat, aber auch letztendlich Einzelaktionen, die dann auch vor das Tor einmal auch das Tor sehr gut gemacht, sehr gute Kombination. Das sind die Dinge, die wir uns vorgestellt haben, so Fußball zu spielen. Ich glaube, wir sind gut reingekommen, aber doch ist es so, dass das individuelle Fehler uns immer wieder dann auch das vielleicht leicht aufgebaute Vertrauen dann wieder zerstören und 1-1, dann direkt wieder das 2-1 und dann laufen wir hinterher. Ich denke, die Mannschaft hat auch in der zweiten Halbzeit versucht, das 2-2, den Ausgleich zu erzielen und dann auch wieder individuelle Fehler und der Gegner hat es durch seine Klasse, muss man einfach auch sagen. Dann sehr gut ausgespielt, man hat gesehen, dass jeder Einzelne sehr, sehr gut ausgebildet ist und wirklich im 1 gegen 1 einfach auch sehr, sehr gute Lösung hat und das sind die Dinge, die bei uns nicht so geklappt haben und ja, da müssen wir schleunigst dran arbeiten. Wir haben uns entschieden, weil wir natürlich mit dem 3er-Aufbau oder mit drei Spielen aufbauen wollten, asymmetrisch aufbauen wollten. Wir wollten Ju dann reinziehen zur 6, als zweiter Sechser vor der Abwehr. Das war unser Plan und ja, aber Sie werden hier nicht von mir jetzt hören, dass sich irgendein Spieler da jetzt anbrange. Das sind Dinge, die wir intern besprechen. Das ist einfach so und ja, Robin ist reingekommen, das 3-1 bei letztendlich auch ein individueller Fehler. Also von daher ist es aktuell gerade so, dass die Situation halt die ist, dass wir einfach zu viele Fehler machen. Auch wenn es jetzt schwer wahrscheinlich für euch jetzt nachvollziehbar ist, ist es einfach so, dass wir uns gut vorbereiten. Wir bereiten uns gut vor auf den Gegner, wir bereiten die Mannschaft gut vor auf die Dinge, die wir umsetzen wollen und das werden wir auch weiter tun. Und ja, da gibt es daran nicht zu deuten. Wir sind davon überzeugt, von dem, was wir machen. Und ja, deswegen geht es auch so weiter für mich. Ich glaube, jeder Einzelne, der heute auf dem Platz war, möchte gegen Frankreich ein anderes Spiel zeigen. Und das gibt mir Hoffnung, weil ich glaube, wir sind alle Fußball, wir können solche Niederlagen wegstecken und es geht weiter und bereiten uns jetzt auf dieses Spiel am Dienstag vor.